Der Name Stout, die Marke Stout, so auf den ersten Augenblick würde man sagen, das ist etwas Englisches, ist aber überhaupt nicht. Nein, das ist es nicht. Das ist gegründet worden von Hans Stout in Wien. Also er ist von einer Bauernfamilie und sein Vater ist aber nachher Kaufmann gewesen. Und er hat seinen Drang gewesen, Produkte zu entwickeln, etwas einzumachen, so wie das die Mutter gemacht hat im Prinzip. Die feinen Sachen, die sie auf dem Hof hatten, die es in der Umgebung gibt, einfach das fein korrekt einzumachen und einfach eine perfekte Linie aufzubauen. Wo eigentlich der Gusto im Glas zu Hause ist eigentlich so. Das ist für ihn unheimlich wichtig, die Qualität, die der Produzent produziert, ins Glas zu bringen. Ich nehme an, das hat man im Laufe des Jahres perfektioniert. Und mir ist vielleicht vielleicht zwei oder drei Produkte, die wir am Anfang gemacht haben, mittlerweile auf eine ganze Produktpalette gekommen. Was sind so die Haupttrainer? Also der Haupttrainer ist sicher einmal der Cocktail-Spargel, weil er so knackig, süss, sauer ist. Also die Leute sind sehr überrascht. Die meisten sagen eigentlich, oh nein, Spargeln aus dem Glas oder aus der Dose kommen nicht in Frage. Dann muss man sie meistens ein bisschen dazu, ja, fast zwingen, eine Art, dass sie es probieren. Und da sind die meisten sehr überrascht, weil es eben knackig, süss, sauer ist und total lässig für ein Aperitif ist. Also zu Käseblättchen, zu Bindenfleisch oder Hoppelfleisch ist natürlich ein ideales Produkt. Ja, weil man ja gerade vor allem mit dem Spargeln immer das Gefühl hat, nur frisch ist eigentlich gut. Spargeln ist ja so ein Paradeprodukt, wenn man sagt, man macht es eigentlich mit dem E-Machen mehr kaputt als etwas anderes. Ist es gegen dich gelungen? Ja, ich denke, es ist etwas anderes gelungen, etwas Erstaunliches, wenn man reinbeisst, oh, das ist ja eben knackig, oder? Ich glaube, mit dem hat er wirklich einen Treffer gelandet, etwas, das man die Leute überraschen und begeistern kann, auch klar. Das sind die sauer-salzigen Varianten. Süss, sauer ist immer so typisch Wienerisch. Sie machen es immer süss, sauer und knackig vor allem. Eben auch, sei es die Spergerli, sei es Gewürzgurken, Silberzwiebeln in die ganze Linie. Und nebst diesen Sachen sind natürlich die Marmeladen das Thema, wo man sehr hohe Fruchtanteile hat, wenig Zucker, mit ein wenig Pektin geliert. Das ist fantastisch, man hat einfach das ganze Aroma drin. In der Erdbeer-Konfi hat er vier, fünf, sechs verschiedene Sorten drin. Und bei uns kann man froh sein, wenn man vielleicht zwei Sortenvarianten von einem Erdbeeren hat. Wir kaufen einfach Erdbeeren ein, aber er sucht dann auch aus, welche Sorten das passen in der Konfi. Das ist total erstaunlich, oder? Jetzt mit relativ wenig Zucker, wie macht das mit Erhaltbarkeit? Sind das irgendwelche Konservierungsstoffe mit dabei? Null, null. Also wie früher, kann man sie wirklich pasteurisieren. Eine supergeniale Anlage. Ist übrigens gemacht aus dem Emmental, aus Langnau. Und mit Schweizer Wissen in Österreich verwirklicht. Wie gross ist die Firma? Oh, ich glaube mittlerweile haben es etwa 30 Mitarbeiter. Also eigentlich ein kleiner Fisch in diesem riesen Teich von der Grossen. Ich denke schon ein kleiner. Aber was mich an dieser Firma erstaunt, es ist immer das Produkt, es ist einfach unglaublich präzise. Und immer gleich. Also man kann sich auf die Qualität verlassen, absolut. Eben wie gesagt, bei der Erdbeeren, diese Jahr sogar noch besser. Das ist klar, Jahrgangsabhängig immer bei Esswaren, bei Lebensmitteln, oder? Aber dort ist es fantastisch. Man kann sich wirklich verladen auf.